Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Week, eurem Kanal zur geflagten Vermittlung königlichem Wissens. Wie natürlich alle von euch wissen, beginnt bald die Schachweltmeisterschaft am 9. April zwischen Jan Nepomniachi und Ding Liren. Was natürlich auch alle von euch wissen ist, eigentlich sollte er Magnus Carlsen seinen WM-Titel verteidigen, aber er verzichtet, tritt ab als Weltmeister und macht den Weg frei. Davon profitiert insbesondere Ding Liren. Denn Nepomniachi hatte sich ja qualifiziert als Sieger des Kandidatenturniers. Ding Liren war Zweiter und deswegen rückt er nach. Dieses WM-Match hat eine interessante Parallele zum WM-Match 1978 und das WM-Match 1978 zwischen Anatoly Karpov und Viktor Kortschneum möchte ich aufbereiten bis zu Beginn der WM am 9. April. Denn damals profitierte Anatoly Karpov davon, dass der amtierende Weltmeister Robert James Bobby Fischer nicht antrat. 1975 war eigentlich angesetzt das WM-Match zwischen Fischer und Karpov, aber Fischer trat nicht an. Im Prinzip beendete er seine Karriere nach seinem WM-Sieg 1972 gegen Boris Spassky und war dann für viele Jahre nie in der Versenkung verschwunden. Spielte gar kein Schach mehr. Das WM-Match 1978 war das WM-Match zwischen den beiden besten Spielern der Welt. Außer Fischer, aber der spielte ja nicht mehr. Karpov und Kortschneum beide stammen aus der Sowjetunion. Karpov spielte für die Sowjetunion, aber Kortschneum setzte sich in den Westen ab bei einem Turnier 1976 in Amsterdam. Und das WM war natürlich politisch hochbrisant. Während der gesamten WM gab es viele Anfeindungen zwischen den Spielern. Es war wirklich eine sehr angespannte Stimmung. Es fand statt in Baguio City auf den Philippinen. Und damals waren die WM-Matches noch eine ganz andere Hausnummer. Sie spielten 32 Partien oder 36. Ich habe das aufgeschrieben. 32 Partien. Völlig verrückt. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Denn es war auf sechs Gewinnpartien angesetzt. Also der Spieler, der als erstes sechs Partien gewinnt, wird Weltmeister. Das kann natürlich dazu führen, dass die WM-Matches super lange dauern, theoretisch. Logischerweise, wenn viele Remis passieren. Und dementsprechend auch begann das WM-Match sehr verhalten. Sieben Remis. Davon einige auch teilweise sehr kurzsügig, langweilig. Deswegen will ich gar nicht auf die Remis-Partien eingehen, sondern auf die erste Gewinnpartie, die achte. Da geschah was. Da gewann einer der beiden Spieler. Man muss noch dazu sagen, die fünfte Partie war eine Rekordpartie. Die dauerte 124 Züge. Und das war die längste Schachpartie bei einer WM aller Zeiten bis zur WM 2021 zwischen Karlsson und Nepo. Das war die sechste Partie, die so super lange ging. Acht Stunden. Ich kann mich erinnern, das habe ich mit Christoph Selecki kommentiert. Live auf Twitch. Acht Stunden und 134 Züge. Und das ist jetzt die längste Beempathie aller Zeiten. Ja, also viel Brisanz in dem Match. Schaut euch gerne in den Wikipedia-Artikel an. Lest ihn durch. Das ist wirklich spannend zu lesen. Ganz anders als heutzutage natürlich diese unglaubliche Brisanz war zwischen diesen beiden Spielern. Kapow war deutlich jünger. 24 Jahre alt. 27 Jahre alt, während Kortschneu schon 47 Jahre alt war. Kortschneu ist ja auch einer derjenigen, den man immer wieder erwähnt, der bis, ins ganz, bis, ja im Prinzip bis zu seinem Tod Schach gespielt hat. Sehr, sehr lange, noch mit 80, hat er noch Schach gespielt, simultanen Vorstellungen gegeben. Im Prinzip, ja. Schach war sein Leben. Gar keine Frage. Also sehr interessante Figuren der Schachgeschichte. Aber jetzt möchte ich endlich mit der Partie beginnen. Achte Partie. Kapow hat weiß. Und wir gehen rein. E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5, spanische Partie. A6, Läufer A4, Springer F6, Ruchade. Und hier Springer schlicht E4, die offene Variante der spanischen Partie. Ich glaube, Kortschneu hat die sehr, sehr viel gespielt. Ihr müsst natürlich auch zurückgehen in das Jahr 1978. Da gab es keine Engines, keine Schachprogramme. Es gab wohl Gerüchte, dass die beiden Computer benutzt hätten. Aber gut, was hätte das gebracht damals? Wir werden auch an der Partie sehen, so eine Partie zwischen zwei Weltklassespielern, das waren die Nummer 1 und Nummer 2 der Welt, ist heutzutage gar nicht mehr möglich. D4, der Hauptzug. So, jetzt muss man mit Schwarz hier aufpassen. Nicht zu gierig sein. Man gibt den Bauern wieder. Man spielt zuerst B5, Läufer B3 und hier D5 deckt den Springer im Zentrum. Weiß hat Entwicklungsvorsprung. Es ist gefährlich, hier zu gierig zu sein. Deswegen gibt man den Bauern wieder. D schlicht E5. Jetzt hängt der Bauer D5, deswegen Läufer E6. Springer BD2, Springer C5. Alles Hauptvariante. C3 hier macht das Feld frei für den Läufer. Auch das Feld D4 kontrollieren. Und hier spielt Kortschneu G6. Das ist nach heutigen Maßstäben, klar, mit Stockfisch 15.1 im Jahr 2023, ist das natürlich sehr einfach alles zu analysieren, ist G6 fragwürdig. Es ist zu langsam. Schwarz muss sich entwickeln. Die Idee ist Läufer G7. Aber auf höchstem Niveau war das damals das erste Mal, dass es gespielt wurde. Es gab noch ein paar Partien vorher, aber nicht von starken Spielern. Und Kortschneu, wie gesagt, war ja ein Experte dieses Systems und spielte hier G6. Heutzutage wird schnelle Entwicklung gespielt. Läufer E7 mit der Idee zu geruchieren. Oder D4 hier, sehr interessant. Hier gibt es ein paar taktische Dönickes. Läufer E6, Springer E6. Oder Läufer C2, D3 habe ich, glaube ich, auch schon gesehen. Alles sehr konkret. Überhaupt, diese offene Variante ist sehr, sehr konkret. Das heißt, man muss wirklich die Theorie sehr gut kennen. Und es gibt auch im Laufe der Schachgeschichte in den 80er, 90er, gibt es wirklich fantastische Partien hier. Okay, G6. Dame E2, ein guter Zug. Man kann auch Läufer C2 spielen, aber Dame E2 ist gut. Läufer G7 attackiert hier den Bauern. Dann E5. Was macht Weiß? Springer D4. Riesenzug. Greift hier den C6 an. Greift den E6 an. Opfert hier den Bauern. Springer schlägt E5. Das war die Idee von Korczner natürlich. Aber jetzt greift Karpov fulminant an. F4. Der beste Zug ist hier Springer E3. Dann wird aber Weiß mit F5 weiterspielen und auch starken Angriff haben. Aber es ist besser, den Springer hier auf D3 zu haben. Korczner spielte Springer C4. F5 natürlich. Schwarz muss nehmen. G schlägt F5. Springer schlägt F5. Toller Springer hier. Das sieht super aus. Nach heutigen Maßstäben wirklich sehr gefährlich, was Schwarz hier macht. Der König in der Mitte hier, der G7 hängt. Turm G8. Das war alles Analyse. Das vermute ich mal von Korczner. Ruchade. Warum hat er nicht Ruchade gemacht? Das ist Springer G7, König G7. Läufer C2 und der Angriff ist zu stark. Da haben wir nach H5. Der Springer wird hier nehmen. Dann ist der Läufer, guckt hier rein. Wir sehen an der Engine schon plus 3. Das haben die auch ohne Engine herausgefunden. Turm G8 stattdessen. Und jetzt Springer schlägt C4. Nimmt den starken Springer weg. Macht die Bahn frei für den Läufer. D schlägt C4. So, der Läufer ist angegriffen. Muss erstmal zurück nach C2. Logisch. Springer D3. Darauf verließ sich wohl Korczner. Der übrigens für die Schweiz startete. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Nachdem er in den Westen emigrierte, spielte er bis zu seinem Lebensende für die Schweiz. Lebt auch dort. Ich meine, er war auch mit einer Schweizerin verheiratet. Ich glaube ja. So, es geht hier weiter mit Läufer H6. Guter Zug. Dame G4 ist ja auch sehr stark. Das ist der Stockfischzug. Ich will es nur erwähnen. König F8, Läufer E3. Und hier gibt es Läufer D3, Läufer C5 Geschichten. Und Y steht hier auf Gewinn. Laut Stockfisch. Vergesst die Engine hier im Browser. Die ist zu langsam dafür. Karpow spielt aber Läufer H6. Auch ein guter Zug. Greift G7 an. Hier sollte man nehmen. Läufer H6, Springer H6. Turm G7. Man muss F7 decken. Turm AD1. Und hier bekommt Weiß seinen Bauern wieder. Und offensichtlich steht Weiß auch hier besser. Der König. Also Schwarz braucht hier einige Tempie, um seinen König einigermaßen in Sicherheit zu bringen. Und den Turm ins Spiel zu bringen. Und offensichtlich ist die Königssicherheit hier ein Problem für Schwarz. Kortschner spielte Läufer F8. Er ging zurück. Jetzt Turm AD1. Weiß hat alle Figuren im Spiel. Steht super aktiv. Sein König steht relativ sicher. Klar, es gibt die Diagonale G1, A7. Dort kann Schwarz einen Schach geben. Aber der König würde auf H1 sehr sicher stehen. Es geht hier weiter mit Dame D5. Guckt hier nach G2 rein. Auch das ist nicht der beste Zug. Aber gut. Ich will jetzt hier nicht alles auf die Goldwaage legen. Wie gesagt, ist natürlich was ganz anderes, das heutzutage zu analysieren. Menschlich ist der Zug allemal. Turm G6 ist hier etwas besser. Aber auch hier kommt Läufer D3, CD3, Turm D3. Und auch hier steht Weiß natürlich besser. Dame B8 und dann Läufer F4. Der Läufer ist gefesselt hier. Der Läufer guckt nach C7. Also üble Stellung. Dame D5. Okay. Droht aber nichts. Der Läufer ist ja gefesselt. Also können wir auf D3 nehmen. CD3, Turm schlicht D3. Greift die Dame an. So, jetzt muss die Dame auf dieser Diagonale bleiben. Sonst kommt einfach Dame F3 oder Dame E4. Also Dame A2 geht gar nicht. Wegen Dame F3. Turm D8 und dann Dame C6 Schach und Schwarz kann aufgeben. Deswegen Dame C6 bleibt auf der Diagonale. Guckt weiter nach G2. Hier geht es weiter mit Läufer F8. Dame B6 Schach. Kleiner Zwischenzug. König A1. König E4. Okay, der König steht jetzt besser, aber letztendlich hilft das nichts. Dame F3 greift hier den Turm an. Stockfisch würde hier brillieren mit Turm D7. Läufer D7 geht nicht wegen Dame E7. Das sehen wir alle sofort. Turm G6. Aber wie geht es hier weiter? Springer H6 natürlich. Greift hier nochmal den F7 an. Wunderschöne Züge, ne? Turm A6. Die Pointe ist Turm F schlicht F7. König G8. Ja, Läufer F7 ist Dame E7, Dame F7, Dame G7. König G8 und hier Turm G7. König H8, Dame E5. Und dann gewinnt hier das Abzug Schach. Aber Turm D7 gefolgt von Springer A6 ist schon goldig. Aber natürlich hier Dame F3. Das heißt natürlich, Dame F3, auch ein sehr logischer Zug. Er will hier auf F7 attackieren. Turm E8. Springer A6. Gut, es war eh vorbei, deswegen zeige ich jetzt keine anderen Züge. Er ist wirklich gewonnen. Greift F7 an. Turm G7 deckt G7. Und jetzt sehr schön hier Turm D7. Das gleiche Motiv in einer anderen Variation. Also Kapow hat es auch gesehen. Nur in einer anderen Variation. Ja, Läufer D7. Kommt natürlich Dame F7, Turm F7, Turm F7. Wunderschönes Mat. Ich bin mir nicht sicher, ob es diese Stellung auch als Aufgabe gibt in Taktikbüchern. Weil irgendwie kommt mir dieses Mat mit Dame F7 bekannt vor hier. Kortschneu spielte Turm B8. Ging mit dem Turm weg, um hier Platz zu schaffen. Aber hier kommt einfach Springer F7 stark. Ja, wenn man auf F7 nimmt, kommt Turm F7. Deswegen Läufer D7. Und hier Springer D8 Schach. Ein schöner Schlusszug. Hat er gut berechnet. König E8 oder G8 ist Dame F8 Mat. Aber auch König E7 ist auch Dame F8 Mat. Egal, wo der König hingeht. Schwarz kann das Ganze hinauszögern mit Läufer F5 hier. Dame F5, König E7, Dame F8. König hierhin und dann Dame G7. König hierhin und dann... Ah, hier ist ja Mat. Also hier gewinnt Weiß Dickmaterial. Der König müsste weglaufen. Aber ja, ist natürlich komplett sinnlos weiterzuspielen. Chancenlos. Ja, schöner Auftaktsieg. Schöner erster Sieg bei der WM 78 von Karpov. Ging damit 1 zu 0 in Führung. Natürlich möchte ich jetzt nicht verraten, wie es letztendlich ausgegangen ist. Ich will halt die Gewinnpartien mir alle anschauen. Bis zum Beginn der WM 2023. Ich hoffe, ihr seid d'accord damit. Mein Plan ist es ja sowieso, alle WM-Partien, alle Gewinnpartien bei Schachweltmeisterschaften für diesen Kanal zu analysieren. Eigentlich auch alle anderen Partien nach und nach. Um halt eine kleine Bibliothek auch zu schaffen. Hier das Ganze auch nochmal neu aufzurollen. Alte Partien neu analysieren. Ist für mich auch interessant. Und ja, ist mit Sicherheit auch für euch interessant. Alles klar? Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.